Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. So, jetzt lass ihn langsam wehren, dann bleib ich hier noch mal ein Stück runter, dann komme ich wieder zurück. Dann füge ich es an, dass wir hier so viel mit dem Pferde reinigen. Dann füge ich es an, dass wir hier so viel mit dem Pferde reinigen. So, jetzt füge ich es an, dass wir hier so viel mit dem Pferde reinigen. Der Pferde ist ein Pferde. Die Einfahrt in die sogenannte Arena.